Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr diesen Fischgrätenzopf hier von unten flechten könnt. So, ich mache das wie immer hier vorne wieder am Pony. Ihr könnt das natürlich machen, wo ihr wollt. Ich mache das jetzt einfach nur da, um es euch zu zeigen. Und dafür teile ich jetzt einfach wieder hier eine Strähne ab bis zum Ohr. So, und klippe den Rest dann erstmal weg. So, das hier vorne kämme ich dann nochmal gut durch. Und dann können wir auch schon anfangen. Und zwar nehmt ihr euch einfach erstmal eine Strähne. Und teilt diese in zwei Teile, wie beim richtigen Fischgrätenzopf auch. Nur anstatt, dass ihr jetzt die einzelnen Strähnen, die ihr dann von diesen zwei Teilen abnehmt, die legt ihr halt nicht da drüber zunächst, sondern halt da drunter und legt die zu der anderen. Und auch hier eine kleine Strähne und von unten zu der anderen Strähne legen. So, das wiederholt ihr dann und legt ab und zu ein paar Haare mit dazu. So macht ihr das jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Wenn ihr dann ein bisschen weiter geflochten habt, könnt ihr auch schon anfangen, die einzelnen Strähnen des geflochtenen Zopfes schon so etwas auseinander zu ziehen. Danach könnt ihr ganz normal weiter flechten. Wenn ihr dann auch irgendwann keine Haare mehr habt, die ihr dazu nehmen könnt, flechtet ihr immer noch ganz normal weiter. So, ich bin jetzt hier so einigermaßen am Ende. Ein bisschen übersichtlich sind die Haare schon sehr dünn. Also mache ich das jetzt einfach mit einem kleinen Haaren erstmal fest. So, nun könnt ihr noch hier so einzelne Strähnen ein bisschen lockerer machen. Und wenn ihr das so geflochten habt wie ich, könnt ihr das dann hier an der Seite noch hoch machen und mit zwei Klammern feststecken. Und fertig ist der Fischgrätenzopf von unten. So, das war mein neues Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Hier unten könnt ihr mich jetzt abonnieren und da kommt ihr zu meinen letzten zwei Videos. Schreibt mir in die Kommentare, was für Videos ihr als nächstes sehen wollt und man sieht sich im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! conduct Untertitelung des ZDF, 2020